Alright Keiner von euch hat GCM, oder? Nein Alles Hätt' ja sein können Das wäre zu einfach gewesen Ich versuche nur über die Kuppe zu Seh' noch nix Kann theoretisch ja auch ganz außen lang gegangen sein, aber ich rechne noch nicht damit Sie könnten sich auch auf den Ersttrip stecken Ja, ich weiß ja nicht, was ist denn alles erlaubt hier Alles, oder? Alle Groundersets Also könnten sie sich auf den G6 hinstellen einfach Wie sie es bei der letzten Letzten Runde Chaos March, die ich auf dieser Map gespielt habe, gemacht haben Naja, aber das ist glaube ich nicht beim 3 gegen 3 von den Bars Gibt's denn auch noch dort Ja gut, der rusht normalerweise Ja Sollen wir hier rechts hoch? Brawly Assets Ich weiß nicht, wie kommt man da so gut hoch? Also du vielleicht mit deinem Jump Jets, aber ich nicht Ja, echt nicht, gar nicht so Glaube es nicht, ich kann es versuchen Wir holen ja hier den Weg Das sieht doch gut aus Da brauchen wir keine Jump Jets So, Airbase seh' ich nix Airbase Andere Seite seh' ich nix Ja, ich seh' sie Ja? Äh, 23 Grad Ähm, da ist so ne So ne Smokewolke Da waren Füße Äh, wie weit? Zirka? Über 1,5 Meter Auf dem Berg Achso Also auf der ganz anderen Kuppel Ja, ich seh' auch was Ja, ich seh' auch was Siehst du dieses? Ja, 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 ja Da ist so ne komisch was Bot auf 23 Das ist exakt da, wo ich vor einiges gesehen habe Und das sind irgendwie Da ist bei mir eine Smoke Animation oder sowas Ja, da sehe ich da auch was Äh, wollen wir nördlich langlaufen Und dann entgegen Wenn wir, also ich schätz' mal das ist ein Fahrzeug Ähm, wenn wir jetzt, wir könnten südlich über diesen Pass gehen Ähm, MCAT Gibt's hier ne MCAT Oder wir gehen erst östlich und dann gehen wir halt von denen aus Von der anderen Seite, also von hinten quasi Ja, ich glaub wir sehen uns, ja, die sehen uns auch auf jeden Fall Ja Es sieht mir nach MCAT-E aus Weil ich seh' zwei Zweimal IAP-PC und ähm Die Rocket-Teile auf der Schulter Ja, sicher, dass das die groß genug sind? Also es ist schon mal MCAT-E Und sie haben irgendein Fahrzeug Ich weiß nicht, was es sein könnte Ja, wenn's tatsächlich ne Echo ist, dann müssen wir möglichst schnell, ne Nah ran, wenn's Oh, nein, das ist Ahhhh Jetzt versteh' ich Es ist kein Fahrzeug Es ist ... es verpackt ... da verfliegt der Spectator Weh Sieht ihr das nicht? Weh? Seht nicht so'n Teil rumfliegen, was aussieht wie der Jetpack vom Gay Schätze mal nicht Ja, irgendwie nicht Ne Bei mir fliegt da sowas rum und ich seh halt den äh Den Smoke Ja? Von meiner Fresse Aber wie sollte der Spectator zu sehen sein? Warte mal, mach mal ein Screenshot. Das sieht ziemlich witzig aus. Okay, was wollen wir machen? So, ob wir uns jetzt hier irgendwie eine Stunde lang angucken, ne? Die ziehen sich gerade zurück. Gut, sie sehen jetzt wahrscheinlich nicht, wo wir hingehen. Doch, 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 links oben ist ja noch einer. Und jetzt gehen sie weiter Richtung Norden und eine Novacat. Ich habe eine Novacat gesehen, das war nach einer Echo aus, weil sie ein recht langes Rohr im linken Arm hatte. So, heißt also, wir haben... Ja, das ist ziemlich sicher eine Novacat Echo, eine Mad Cat, whatever, und noch irgendwas. Ja, die stehen da oben und warten mal, ne? Ja. Frage ist, von wo aus können wir besser in Nah ran, würde ich sagen. Also, entweder so, dass ich die schon mal ein bisschen vorbearbeiten kann auf Entfernung. Ich kann ja auch auf Entfernung. Was wir probieren können, ist jetzt so anzudeuten, ob wir Richtung Norden gehen. Ja, und hier verschwinden den Pass lang. Und... Und dann aber Richtung Süden einmal die große Kurve machen. Kann ein bisschen dauern, aber wir sind ja relativ schnell. Ja. Schneller als die auf jeden Fall. Ich glaube, das macht ja auch erstmal unruhig, wenn wir aus dem Durchfeld auf einmal sind die da. Ja, also... Was ist eigentlich ihr Zeitlimit? Es gibt keins. Also keins von dem ich gehört habe. 33 Minuten kann ich es nicht gehört. Okay, alle unten? Ne, nicht ganz. Solange ich nicht irgendwo stecken bleibe, ist alles klar. Ja, das wäre die Krönung. Ja. Nicht zu selten im Spiel, aber... Es passiert. Kann passieren, ja. Ja. So, wir können hier versuchen, über den... Ja, einfach ganz Süden und dann links zu... Einmal den großen Bogen. Ich habe die Strecke schon mal mit... Ja... Silver... Du würdest... gemacht, glaube ich. Da sehen sie uns auf jeden Fall nicht. Oh. Wir haben einen... Random Joiner. Halt. Halt. D scientifically n themselves. Also wie bereits gesagt M-Cat-I, da müssen wir halt darauf passen, dass wir den am besten entweder richtig im Call verwischen oder außerhalb seiner Reichweite von den ETFs, also 750m. Das Teil wird ja auch genau gut im nächsten Patch, also die ATM-12 werden, die brauchen länger Lock-On als jetzt und der wird teurer, auf jeden Fall irgendwie 10k teurer, 123k glaube ich Ich finde auch Nerves eigentlich besser, wenn sich die Variante nicht tatsächlich verschlechtert, sondern einfach den Preis anpasst, ich finde das eigentlich ganz gut ist, eine gute Stellschraube Zum Beispiel hätte ich gerne einen Haufen der Varianten wieder zurückführt von früher, wie die original waren, wo sie effektiv waren, ja. Traurig auch. Zum Beispiel M-Cat-F anstatt den Puls-Lasern nur Heavy-Laser. Können wir noch weiter runter? Ich glaube, wir müssen noch nach G8 oder unten da hochzukommen. Also da kommen wir auch ohne Probleme lang, ich weiß jetzt nicht. Sehen wir dann. Das kann nur sein, dass wir hier, hier werden wir dann auch schneller gesehen. Ich hoffe, wir kommen da hoch. Hier links rein oder so? Geht das? Ja, ja, das geht hier. Ja, die Karte ist zum Glück halbwegs zuverlässig bei der Map. Bald wird es dunkel auf ner Karte. So gut, können wir uns besser anschleichen. So, ich pike mal. Bisschen holprig hier. Ah, ok. Seht ihr die? Dann müssten die ja zu rechten sein. Bei den Windrädern waren die eben noch nicht runtergehen. Okay, Börner. Na dann. Ähm. Ich sehe gerade nix. Vielleicht irgendwie 330 oder 330 ungefähr so. Ja, da stehen sie immer noch, stehen sie immer noch. Gut, 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 gut. Ich sehe, 235. Ich hoffe, sie sehen uns nicht. Dann gehen wir mal weiter hier. Möglichst. Boah, ich hoffe, wir kommen hier hoch. Möglichst weit im Osten. Osten. Osten und dann Leuchtenhorn. Das wäre ganz gut. Ich sage es mal so, versucht eure Beine nicht zu zeigen. Ja. Also man guckt nur so ein bisschen mit dem Torso noch. Wenn ihr die anguckt, das ist glaube ich das Schlauste. Dann sehen sie die Beine nicht. Okay. Vielleicht sehe ich ja eines Tages einen Patch der Loads entfernt. Okay. Das wird glaube ich nicht passieren. Wenn sie den Source Code von der Engine bekommen und das auf eine neue Crisis Engine drauf porten können, dann wäre es möglich. Dann wäre es möglich. Januar wir erst mal ein Autor Mibeck. Ver handcuffs retten片 für den App. Hier kommt doch die doppel bouncy Sigma Ordnung. Kommt ihr? Wo bist du denn? Ach ja, du bist ja Bordelau. từ begged pur norm. Ich weiß nicht. Moyet mit mir einfach zumindest. Das candy. Genau. ASE, oder ingenieur bred excit. Bin ich eben nicht gesehen. Derутьport chị. Ich glaub wir können mal auf Nachtsicht umschalten. Die marktagierte Kocht aus Practice und defense Tres tozzle. Irgendwie kenne ich die Karte gar nicht im Dunkeln. Ist die auch normalerweise ne Tag-Nacht-Rhythmus? Ja, oder? Eigentlich schon. Nur kommt's nie so weit. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, so lange spielen wir jetzt ja auch noch nicht. Pass mal nochmal das Zeitlimit. Es gibt keins. Immer noch. Achso, okay. Also es ist noch nichts kommuniziert, sag ich mal so. Ja, vielleicht kommt irgendwann mal Duelist rein. Drei mal mit Game Ends und 10 Minutes oder sowas. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn wir da so ewig faukeln. Seht ihr irgendwas? Nicht. Warten sie dann irgendwo und ampern. Aber gerade eben waren sie noch an der selben Stelle. Ungefähr dieselbe Stelle. Eigentlich kann man hier diesen Zuckerhut da ganz gut zum Rand schleichen brauchen. Es ist interessant zu sehen, dass wir Spuren im Sand hinterlassen. Das ist mir nicht aufgefallen vorher. Ja. Stimmt. Ich sehe sie. 175. Ich glaube, die haben uns gesehen. 175. 175. Da hat er uns angeguckt. Dann ist er weg. Okay. Also immer auf unserer Seite noch, ja? Ja. Also hier rechts einmal um den Zuckerhut rum. 1000 Meter. 1.000 Meter. Von Burners Position. Okay. Oh, ich meine 275. Nicht von 275. Okay. Irritiert mich. Tut mir leid. Okay. Ich will nicht gerade, ob ich hier mal springen soll. Ja, okay. Sehe ich aber gerade nichts. Ja. Lass mal hier links um. Äh, rechts rechts um den Berg gehen. Können wir mal rangehen. Mal gucken, was wir reisen können. Mal gucken, was wir reisen können. Ja. Ich würde sagen, wir gehen irgendwie ein bisschen weiter nördlich. Ja. Damit wir die Range auf unserer Seite haben. Ja, Range dort. Ja, ich werde es ja nicht empfangen. Direkt drauf, sondern so eher. Okay. Ja, die haben genauso viele PPCs wie wir, ne? So ist das nicht. Ah. Ich weiß nicht, was war das dritte? Also es kann auch sinnvoll sein, wenn wir jetzt so nah wie möglich Wasser haben. Ja. Aber ich glaube weh, dass die sich bewegt haben. Aber ich glaube weh, dass die sich bewegt haben. Ich fühl mir das Gefühl gleich kommen sie und... Ja, kann schon sein. Focussen. Einen von uns. Ja, das wird... Also bei uns, wen sollen wir eigentlich fokussen? Ich wäre für, glaube ich... Äh, Rook Zero. Als erstes würde ich sagen. Okay. Du läufst so, okay. Aber das müssen wir erstmal wissen, wer das ist natürlich. Ich kann ja so jetzt schon mal sagen, MadCat erstmal einfach. Ja, genau. MadCat als wär's. Ja, genau. MadCat als wär's. Ich... Oh, das NovaCat. NovaCat ist in Wall natürlich gefallen. Ja, stimmt. NovaCat ist ein bisschen squishiger. Auf jeden Fall. Ja, ja. Eigentlich vielleicht passt das sogar in NovaCat. Ich glaub, die kriegt man schneller. Ja. Die kriegt man, glaub ich, schneller ausgeschaltet. Die kriegt man, glaub ich, schneller ausgeschaltet. So. Irgendwie sind sie weg. Wahrscheinlich laufen wir ja alle im Uhrzeigersinn. Und... Kreuz. Ja, die wissen ja, dass wir das sind. Das Gefühl, die warten, wenn wir über den Hill kommen. Ja, und so wenn, dann wär das aber nicht von... zu deren Vorteil. Also, weil wir dann schon nah dran wären. Also, ich denke, die versuchen auf Distanz zu bleiben. Sagen wir's mal so, wir sollten nicht... wir sollten versuchen nicht stehen zu bleiben. Ja, ja, klar. Sondern konstant uns zu bedecken. Weiter in Richtung Norden, beziehungsweise jetzt Westen. Ich flipp mal kurz. Aber trotzdem ab und zu mal hier rumschauen, ne? Die ist... Keiner Sektive Raider. Jetzt mach ich ganz guten Überblick. Na gut, es gibt da schon ein paar Stellen, glaub ich, wo wir sich verstecken können hier. Kann sein, dass die auch runtergelaufen sind. Ja, einfach mal weiter Richtung... Osten... äh, Westen. Richtung unsere... unsere Base, würd ich sagen, oder? Ja. Ja. Mit dem Berg da, vor uns, vielleicht. Ich glaub mal ein bisschen Überblick. Hm. Ab und zu wollen wir hinter sich gucken, ne? Da ist die Sicherheit, ne? Naja, ich gucke auch schon immer nach hinten und alle... alle Winkel und Winkel. Lass mal auf den... den nächsten Hügel erklimmen. Vorwärts, an die Front. Eieieie, kann sich nicht um Stunden handeln. Und dann... Chill, chill. Nichts zu sehen. Eigentlich auch ganz cool, so einen Kampf meinen Outskirts hier zu haben. Ja, das wär schon... geil. So. Huhn. Don't see... Sheet. Wollen wir mal weiter, ne? Ah, hier mal. Mhm. Vielleicht beim... Airport mal... einen Blick... Richtung Center nochmal. Du hast irgendwie das Gefühl, die wollen uns nicht face. Ja. Ja klar, ja. Schiss. Das ist schon klar. Unsere Macht ist zu stark. Wer ist jetzt eigentlich dabei von den Vieren? Kairo, also Rest und... Nein. Nein. So. Okay. Das heißt aber dann... Ah. End the game. Watt, watt. Zehn Minuten. Okay. Gut. Scheiße. Das ist ja echt... Wer sieht wen zuerst? Ach, herrje. Ja. Mal weiter im... Kreis, oder was? Ich schicke hier grad nur noch mal in den Haus so ran. Wie sie alle disconnecten. Ja... Zu langweilig. Da passiert ja nichts. Kann ich verstehen. Wir müssen uns auch am äußerlichen Rad hinhocken, um einfach auf sie warten, so. Ah, so schade. So... So'n Tee trinken währenddessen. Ein bisschen Schokolade essen. Keine Ahnung. Okay. Dann mal wieder Richtung Süd, wa? Okay. Okay. Dann mal wieder Richtung Süd, wa? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja. Hat keiner geschossen, oder? Ja. Hat keiner geschossen, oder? Also niemand von uns hat geschossen. Ja. Nur da ist doch früher nichts. Schnorch. Ich muss schon seit... seit Start des Spiels eigentlich auf... Ja, super. Richtig geil, na. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Spannung auf die Blase steigt ins Unermessliche. Ja. Kann mich noch daran erinnern, wo... Wo wir so... Chaos March... Ähm... So im Norden hockten. Ja so... B4, B3, ja. Wir haben so mit Maschin... Also mit den Maschinengewehren so rumgeschossen. Irgendwann mal kamen sie... Ähm... Von Osten... Über diesen Kamm... Zu uns... Und haben uns überrascht. Und wir haben trotzdem das Spiel noch gewonnen. Oh. Es war aber knapp... Also wir haben versucht, äh... Zu brawlen, oder? Ja. Uns einfach zu überraschen. Also zu brawlen... Glaub ich nicht... Wir hatten... Wir hatten schon... Glaub ich... Ja. Ich war auf jeden Fall nicht in einem Brawling-Asset, glaube ich. Ich hab's dann auch noch... Ich hab's dann auch noch geschafft zu gewinnen. Als... Als einzigster am Leben. Es war... Puh. Da war ich rot. Sehr rot. Das sind die spannenden... Spannende Matches. Am Ende waren wir irgendwie eins gegen eins. Und dann... Wer trifft, der hat gewonnen, ne? Boah. Ich dachte schon, ich hätt grad jemanden... War nur ne Laterne. Scheiß. Puh. Na ja, solange man die Karte echt mal gut kennen, ne? Hin- und auswendig... Eigentlich mein, wir sind schneller als die, ja. Das heißt, wenn wir im Uhrzeigersinn gehen... Oder... Gegen den Uhrzeigersinn... Und sie auch die ganze Zeit gegen uns werden... müssen wir sie irgendwann einholen. Theoretisch. 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 Ich glaub... Ich glaub Rask ist dann der... Nova... Beto-Miner. Also... Wenn ja, dann... Dann... Auf jeden Fall Priorität auf Map-Cat. Weil... Ehh... Jürg-Prentis. Ja. Aber das ist... Da bin ich mir nicht sicher. Kann auch was anderes nehmen. Ich mein, die Map eignet sich jetzt nicht so gut... Brawling. In dem Fall, wo wir gerade lang laufen. Boah... Scheiße, echt. Ich komm nicht rüber. Ja, das ist ja unten lang. Wo sind wir ja eigentlich? Ich hab vielleicht die Orientierung verloren. Am Rand der Map irgendwo. Am Rand der Map irgendwo. Ahhhh... Fünf Minuten kommen. Lass mal... Lass mal irgendwo in die Mitte gehen. Das ist ja... Ja. Zum Kotzen. Ich hab keinen Bock hier wieder irgendwie rund umsonst rumgelaufen zu sein. Scheißegal. Ich kacke sowas. Fuck off tactics. Fuck off tactics. Ja komm da. Geradeaus geht's. In die Mitte. Vielleicht 17 noch irgendwo am Rand stehen. Kleine Schreifer. Habe ich da was gesehen? Oh ja. Ich seh, ich seh, Bearing 50. Madcat auf dem Hügel haben mich noch nicht gesehen. Bleibt in Deckung. Was ist die Distanz? Gehe hinter den Hügel. Der vor deiner Nase ist, dann dürfen die sich eigentlich nicht sehen. Also Bearing 50. Oh, ich glaub. Ah, hat mich jetzt gesehen. Scheiße. Ey, wir müssen noch rein. Ah shit. Ja, da auf dem Gegenüberliegen der Hügel in... Müssen so zwei Kilometer... Naja, Quatsch kann nicht sein. Ein Kilometer. In Delta 5. Delta 5 auf dem Hügel. Ahhhh. Was? Aber trotzdem. Ich hab geschossen, aber... Er war zu weit weg. Ich engage jetzt. Ja, warte. Nicht alleine, Junge. Warte, warte, warte. Ich bin ja nicht da. Ich hab versucht, es würde hier irgendwie hochkommen. Ich bin hinter dir. Da kommen die Shots. Shots fired. Kommt jemand runter, oder was? Weiß ich noch nicht. Was sind das für Raketen? LRMs, oder was? Wahrscheinlich APMs. Rogue Zero ist in der Madcat. Die zwei anderen stehen, glaub ich, auch da. Okay. Auch ein Ryo. Ein sehr ähnliches Line-Up. Die sind hinter dem Hügel, äh, 67 von meiner Position. Wir haben noch zwei Minuten, ne? Ja. Ja. Äh, Kyro ist überall. Ich versuch ein bisschen näher, ich versuch hier links etwas näher ranzukommen. Da kann ich... Ich glaub, es ist ein bisschen näher ran. Ähm. Vorsicht. Die sind, die sind rechts von uns. Sind die runter? Ja. Ja. Also, Kyro ist er wahrscheinlich nicht, aber... Oh, ja. Okay, ja. Die kommen, die kommen da ran. Die kommen rein. Zieh ich zurück. Ich werd von den... Ich werd von den ATMs getroffen. Ja, ich schieße auf den Madcat. Madcat. Ja. Getroffen. Alter. Mit seinen scheiß ATMs-Namen. Ja, geh in Deckung, geh in Deckung. Ach, mach zu! Weil... In die Korne... Okay, focus Nova, focus Nova. Alter, war das Scheiße. Oh, fuck. Hallo, Süper. Oh, fuck. Weg, echt jetzt. Scheiße. Ich kann nur verstehen, wie sie in der letzten Sekunde da ankommen, na. Ja. Merda! Egal. Ein bisschen Action wenigstens. Es ist halt blöd, irgendwo muss... Es wird 150 Tonnen. User left your Channel.